Im Moment schaut es nicht gut für ihn aus er hat nicht so viel Geld wie wir alle glauben er hat sich wegen dem neuen Sportwagen was er sich im letzten Sommer gekauft hat um ganze 120.000 Euro verschuldete er wollte so Helene Fischer wieder zurückbekommen weil diese mag Sportwagen und wie und das wusste er aber weil es nicht so gut mit seinem Verdienst lief in letzter Zeit machte er Schulden bei der Bank und hat seinen Goldring in das Pfandhaus gebracht. Seine finanzielle Lage könnte im Moment nicht schlimmer sein aber diesen Monat hat er fast 90.000 Euro verdient und kann sein Minus auf der Bank wieder ausgleichen den Sportwagen hat er nicht mehr diesen fuhr er zu Schrott als er vom Kind hörte. Er hat diesen nicht einmal versichert weil er sich sicher war Helene Fischer kommt zu ihm zurück wenn sie ihn gesehen hat aber leider kam alles anders und so brauchte er auch den teuren Sportwagen nicht mehr deswegen ging der Wagen in Flammen auf. Hallo wie fanden sie diese erfundene Geschichte schreiben sie es gerne in die Kommentare vielen Dank fürs Anhören. Riester